Mit wem haben Sie gesprochen? Ihrem Chef. Ihnen wurde gekündigt und Sie wollten Ihren Dienstausweis nicht abgeben, oder? Nein, ich ging aus freien Stücken. Nachdem Sie Kollegen in den Rücken gefallen sind. Hört mal Leute, das hier ist Erik, der Onkel von Peter. Ich nehme die Grube in Betrieb mit oder ohne sie. Ich bin so nah dran an der Wahrheit. Und keiner hier glaubt hier. Niemand. Menschen sterben, aber Beweise keineswegs. Die liegen da und warten. Und ich werde sie finden. Erik! Du hältst wohl eine ganze Menge von deinem Onkel. Schau nicht zu sehr zu ihm auf. Sonst kriegst du eine Genickstarre. Untertitelung des ZDF für funk, 2017